Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Aber sie wurden gehängt. Und ihn haben sie laufen lassen. Warum wohl? Und noch was. Sag es nicht meiner Frau. Sag, die Deutschen hätten mich umgebracht. Schon gut. Grab weiter. Das findet sich alles. Ändert sich denn ein Mensch wirklich so schnell, dass er vor dem Krieg ein ganz anderer war? Habe ich mich etwa verändert? Und ob sich die Menschen ändern? Alles unstabile Elemente. Wenn's ans Leben geht. Ja. Aufmerksam. Untertitelung des ZDF, 2020